So, heute stehen wir hier im Einkaufszentrum in Tandemisch. Die CDU macht sich stark dafür, dass die Leerstände hier im LKZ abgeschafft und wieder neu besetzt werden. Dafür sammeln wir eure Unterschriften. Die Bevölkerung ist gleich in meinem Regier. Wir haben mittlerweile ca. 200 Unterschriften gesammelt. Die Geschäftswelt freut sich und das Centermanagement freut sich auch.